tüdeluuuuun Oh, ich hab'n paar 300er Hits dabei gehabt als ich ihn in den rüber getroffen habe joah, komm Oh. Alter, wie er vor mir hier rumtanzte, ja. Dieses komische Vieh. Oh oh. Ja, alles in Ordnung bei euch. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein. So, meine Munition ist alle ja, dann sammeln wir mal ein hier. Liegt doch überall rum hier. Ah, ist abgehauen, ne? Ist er wieder abgehauen, ja. Okay. Oh nein, jetzt kommt der auch noch gleichzeitig. Das ist echt wild. Oh. 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 Das sieht super aus Oh nein Ah, du hast hier weggelockt, sehr gut Nee, doch nicht, ja Er ist noch da Ich dachte, der wäre hier hinterher gesprungen So, wo ist er denn jetzt hin? Ah, da ist er Jetzt ist er wieder nach oben Der Sack Oh nein Ah, ich komm mit Das heißt, dass ich weiß noch nicht, wo es hier raus geht Oh nein, die sind ja hier voll unten Wo geht's denn hoch? Oh Gesichtspalme haben wir bekommen Ja, hab ich auch gesehen Den kriegen wir gleich jetzt, oder? Wo ist er denn? Ich glaube, der ist tot, ne? Ach, der ist tot Deswegen haben wir diese Palme bekommen Hat er vielleicht auch Schmerzen, wenn er irgendwo runterfällt, oder so? Ich weiß es nicht Oder seine eigene Viecherarmine umgebracht Ich hatte ja noch dieses Maschinengewehr da Diese komischen Türme Ach so, ja, stimmt Ja, super Dann ist der schon mal weg Dann ist der schon mal weg Dann ist der schon mal weg Vielen Dank.